3 2 Ladies and Gentlemen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 und ich glaube ihr habt gerade auch gesehen was da gerade vorbeigelaufen ist oder? Oh no Das ist für mich eine Todeskralle Oh mama Oh mama Die möchte ich jetzt nicht so gerne anlocken wenn ich ehrlich bin kurz speichern Okay, ich hoffe es ist nur dieser eine aber die kann ich dann zur Not umgehen Oh und das ist auch noch eine legendäre Todeskralle Ist klar, Spiel ist klar Soll ich mal versuchen? Soll ich mal versuchen? Da ist er Mother of God Wo bin ich denn hier gerade? Wo bin ich denn hier gerade? Da Oh mama So, achso So, was YOLO 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 Okay Irgendwo da war Hab ich sie gesehen? Da Die kommt nämlich nicht rein Das ist nämlich geil Okay, wenn sie gleich wieder ankommt Keine P Keine P Uhuhuhu, mutiert Au Nö, 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 nö Jetzt ist sie wieder Full Health Alter Wie soll ich dich dem Kleinkrieg bitte? Komm schon Jawohl Kopf ist verkrüppelt Das ist schon mal gut Nein, hinterher setzen Komm schon, zeig dich Ich bin eine feige Sau, die hier nicht runter geht Das ist mir egal Der war daneben Dammit Okay, Fusionsgewehr Perfekt Okay, die hebe ich mir auf die Schüsse Da hinten Sind das Raider? Nein, es ist ein Raider Okay, beschäftige dich, Moctus Color Mach die mal tot Genau So würde ich ihn sehen Okay Okay, Out of Ammo Die brauche ich gar nicht rauszuholen Aber was habe ich denn jetzt? Das, das, das Das Null, das Null Da habe ich noch ein bisschen Pfeifen Alter, wenn ich mir gleich den Rücken falte Behinderten Typen Komm schon. Zeig dich. Jetzt kommen wir uns. Okay, irgendwo da unten ist sie. Komm raus, komm raus. Wo immer du steckst. Ich werde da ums Verrücken nicht runtergehen. Okay, die Hundi ist wieder da. Hallo? Habe ich irgendwie... Kanaken oder sowas? Molotow-Cocktail. Äh. Oh Gott. Äh. Werde ich die nochmal? Ich hasse erst Sachen, die noch nicht so links alt... Ach genau, halten wir schon nicht. Da müsst ihr dich eigentlich aufgeschöcht haben, Kollege. Habe ich noch was? Komm mal raus, du Mistvieh. Psst. Psst. Dort drüben. Das heißt, das ist ein bisschen asierbar. Aber lauf bitte nicht über die Min. Dankeschön. Schau ich dir mal raus. Da ist sie nämlich. Da ist sie nämlich. Sieh die dann durch. Genau da. Psst. Zugriff. Lock die mal raus, so. Okay, der Hund kommt da auch nicht hin. Das ist natürlich interessant. Uh, nice. Mal so ein bisschen... Ja, okay. Jetzt habe ich... Ah, da ist sie doch. Ja, komm. Lauf. Und... Fick dich. Nice. Nice one. Schau mal, wo sind die anderen Kronkorn hin? Nein. Und hat einen Gegner entdeckt? Wo? Das sah an. Zeige ich mir. Hier hinter. Äh, ich nicht. Habe ich noch Min? Entschuldigung. Pfff. Entschuldigung. Oh Gott. Muss ich mich kurz heilen? Du Typ, blendest mich. Bitte was? Okay. Die umgehe ich. Oh, I sold my mother. What the fuck? Loh. Warte mal. Was war? Schnellladen. F4? F7? F8? Moment, da muss ich erst mal raussuchen. F9. F9? Hörr. Ich habe doch... Naja, egal. Aber ich weiß jetzt wie. ähm... Legen wir mal zwei in Puls Min. Komm mal her. Hihihi. 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 Nice one. Warte, ich muss erst mal die Knarre durchgucken. Äh... Oh Gott, da. Okay. 27... 31. Das heißt... Du gehst auf Favorit 8. Not bad. Oh, Mama. Was war das denn? Also, ich weiß auf jeden Fall, was hier für gestalten wollen, rumlaufen sollen. Ähm... Was ist denn? Ich weiß... Och, nö. Fuck you. Na ja, doch Fleisch. Kann hier was leckerl rausmachen. Ähm... Ich weiß nämlich, dass... Dort... Am markierten Ort... Ein Museum ist. Es schimpft sich das Museum der Hexerei. Gibson Point Pier. My luck. Okay. Okay. Wer schreibt mich denn da an? Kommt die hier rein? Oh Gott, die kommen hier rein. Und ich komme nicht raus. My luck. Todesklaue. Nice. Ich hab doch... Nein. Inventory. Zum Motiv Cocktails. Was? Alter. Masse auf Gott. Ich bin tot. Ich bin so aus und tot. Ich werde hier... Ah, den Rückzug antreten. Alter. Wow. Ich werde jetzt einfach in diese Richtung laufen. Alter. In der Hoffnung, dass sie... Von mir weichen. What? Das ist erstmal der Hund nachgespawnt. Warum... Warum sind jetzt auch noch Raider? Ganz ehrlich. Kämpf gegen die Maya-Lurks. Kein Raider-Psycho. Nein. Ja, ja, ja. Komm schon. Der andere. Der Jäger, der hat nur Bock auf mich. Alles klar. Ich laufe noch ein Stück weiter. Okay, ich werde diese Region erstmal meiden. Der hat aber richtig Bock auf mich. Okay, Trainingsgelände der Nationalgarde. Schade, dass das Ding nicht mal fliegt. Bist du noch hinter mir her? Cool. Oh, das bist du. Alter. War ich hier schon drin? Anscheinend nicht. Huiuiuiui. Äh, da. Okay, wo könnte man noch hingehen? Ich habe nämlich eine andere Idee dann jetzt. Nämlich hier hin. Ähm, ich schau mal, was habe ich aus dem Feuer? Gull-Problem bei der Kindergrippe. Green Top. Nehme ein Starlight Drive-In. Raider-Problem. Also, ich mache glaube ich eine von denen. Weil Raider-Problem ist eigentlich immer ganz gut. Die sind ganz easy, die Quests. Da, die Bienenbrauerei, da war ich schon. Da reise ich hin. Nuka-Cola. Also, der Monatgebiet hat das erstmal für mich tabu. Da werde ich erstmal nicht hingehen. Ne, Mann, das ist spitzig. Ich finde das ja auch geil, wenn einfach meine alte Maus, die vorher mega-crap war mit dem... Ich habe nämlich ein anderes Maus-Pad-Grenz. Ultra-geil. Warte mal, die T-Frequenz. Das höre ich mir erstmal an. Aha. Ihr hört Diamond City Radio und ich... Äh, ihr wisst schon, ich bin's. Travis! Hi, Travis! Hier kommt ein Lied namens Easy Living. Genau wie hier in Diamond City. Stimmt's? Okay. Okay. Das werde ich mir jetzt nicht anhören, weil... Sonst kommt die GEMA und sagt, da sind wir das Urheberrechtlich geschützt. Das machen wir nicht mit. Okay. Oberland Station. Okay, aber ich würde sagen, wir reden mit den Siedlern in der nächsten Folge. Und ich sage einfach mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.